Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, herzlich willkommen zu unserem Open-VHB-Kurs Grundlagen und Arbeitsmethoden der Zellbiologie. In unserem audiovisuellen interaktiven Kurs wollen wir Ihnen grundlegende Kenntnisse in der Zellbiologie vermitteln und darauf aufbauend einen Einblick in die Arbeit im molekularbiologischen Forschungslabor gewähren. Auf diese Weise wollen wir Ihnen einen spannenden thematischen Einstieg in die Zellbiologie und die aktuelle biomedizinische Forschung ermöglichen. Zum einen werden Sie durch die erwartenden Kenntnisse aktuelle Entwicklungen und Berichte im Bereich der medizinischen Forschung besser verstehen und nachvollziehen können. Zum anderen wird vielleicht auch Ihr Interesse geweckt, sich selbst im Bereich der biomedizinischen Forschung zu engagieren bzw. eine Ausbildung, ein Studium oder eine Weiterqualifikation diesbezüglich aufzunehmen. Unser Online-Seminar ist in drei Kurseinheiten gegliedert. Einführend werden die Grundlagen der Zellbiologie und des Zellmetabolismus dargestellt. Im Modell Zellkultur grundsätzliche Verfahren im Arbeiten mit Zellen. Das Modul Nukleinsäuren und Proteine, Arbeitsmethoden im Biolabor beschäftigt sich anschließend mit essentiellen Verfahren der Genomik als auch Proteomik. Filmaufnahmen zu den wichtigsten Verfahren im Forschungslabor sowie interaktive Quiz- und Bildfragen in den einzelnen Modulen kompletieren den Kurs und rund unseren Ausflug in die spannende Welt und die Möglichkeiten der heutigen Bioforschung als audiovisuell ansprechendes Lernerlebnis ab. Viel Spaß beim Lernen!